Musik Musik In unserem Pick-Up-Restaurant oder an unserer Hotelbar lässt sich die automobile Atmosphäre in vollen Zügen genießen. Wir haben in unserem Hotel 26 Themenzimmer, von denen ich dir einen kleinen Eindruck geben möchte. Lass mal reinschauen. Würden Sie gerne nachts in diesen Zimmern verbringen? Von hier hat man einen wunderschönen Blick in die Motorrad. Wir sind jetzt in der Motorrad. Das Schöne hieran ist, dass die Ausstellung sich täglich fast ändert, da wir immer neue Wagen reinbekommen und immer neueste und modernste und luxuriöseste Wagen hier zu sehen bekommen. Wir befinden uns hier auf der Dachterrasse des V8 Hotels. Das V8 Hotel ist integriert in die Motorrad und außerdem in nächster Nähe zur Mercedes-Benz Fabrik.